Sieht nicht gut aus. Das Messer hat mir nie erwischt oder so. Sie wird sceptisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses... dieses Mädchen, dieses... verdammte kleine Klingel. Mit einem großen Messer. Hey, hilf mir. Na, Colin. Oh, na, los. Scheiße. Noch ein Lob. Moment, bevor Sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis ranwinken. Okay. Wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit dir? Also, sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichflucht. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, und wie O'Brien? Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Ach, komm schon. Es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Ryan! Okay. Scheiße. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey. Ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen zu diesem... Warte, warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Die mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ne? Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp. Knöcklich vom Three-Fingered Jacks. Nein. Busa wird es niemals ohne mich schaffen. Wohin? Wir sind lange zu haben. Wir gehen zurück. Wohin? Wohin Court стол. Wohin? 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 Wohin! Wohin? Wohin? Wie ist das? Wir haben mich jetzt bestimmt. Wohin. Geek! 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 Geek!